Alarm für die SEG-Drohne. Mit modernster Technik bietet die Schnelleinsatzgruppe Drohne Unterstützung aus der Luft in unterschiedlichsten Einsatzlagen wie der Wasserrettung, der Brandbekämpfung oder der Vermissten-Suche. Neueste Kameraoptiken ermöglichen hochauflösende Bilder nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht und schlechten Lichtverhältnissen. Bei Bedarf können zusätzliche Module wie ein LED-Arbeitsscheinwerfer oder Lautsprecher zur Ansprache von Personen nachgerüstet werden. Funksender bieten eine kabellose Live-Übertragung der Luftbilder in HD-Qualität an Führungskräfte und die Einsatzleiterung. Die SEG-Drohne. Schnell, effizient, dort wo wir gebraucht werden. Die SEG-Drohne. Schnell, effizient, dort wo wir gebraucht werden. Vielen Dank.